In der vergangenen Nacht habe ich bemerkt, dass eine Raube beginnt sich einzuspinnen, allerdings an einem etwas dummen Ort, nämlich direkt bei der Öffnung, wo ich das Gehege auf und zumachen möchte. Hier an dieser Stelle hat die Raube begonnen, den Kokon zu bauen. Ich werde mal vorsichtig versuchen, in die Nähe zu kommen. Die Puppe entsteht dann in der Nähe eines zusammengerollten oder zusammengeklebten, mit Fäden zusammengeklebten Bereichs. Wir wollen schauen, ob wir das zeigen können, ohne dass die Raube, die da drin arbeitet, gerade zu fest stören. Ja, voilà, wunderbar. Hier sieht man jetzt diesen Kokon. Ich werde den aber nicht jetzt weiter stören, vielleicht versuchen mit der Makrokamera zwei, drei weitere Aufnahmen zu machen, damit man sieht, wie nun hier dieser Kokon entsteht. Im Inneren dieses Grüne, das man da sieht, das ist also nicht ein Blatt, sondern das ist die Raube selber. Schauen Sie sich diese Aufnahmen an. In ein paar Tagen werden wir dann die fertige Puppe, respektive den Kokon, den fertigen sehen können. Danke fürs Zuschauen. Also, ich werde den Kokon mit dem Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.